Die regionalen Vertreter in der Landesklasse kommen außer Reichenbach alle zu Punkt gewinnen. Der FC verliert zu Hause gegen die Lok mit 1 zu 2, steht nun bei 0 Punkten und muss zum Liga-Primus nach Lichtenstein kein leichtes Unterfangen. Lok will nun vor heimischer Kulisse gegen Marienberg in der Erfolgsspur bleiben und den nächsten Dreier einfahren. Marienberg war am vergangenen Spieltag Punktelieferant für Oelsnitz, die starke Schützlinge siegten mit 3 zu 1 und empfangen nun Glauchau. Das Empor-Team wiederum konnte sich im Sportpark an der Meraner Straße mit 1 zu 0 gegen die Fortuna aus Chemnitz durchsetzen und will auch nach der Partie in Oelsnitz mindestens im Mittelfeld verbleiben. Ein Kantersieg gelang den Meranern gegen Grün-Weiß-Klaffenbach. Nach dem 6 zu 3 geht's nun zum Aufsteiger nach Mühltroff. Der Liga-Neuling holte in der Ferne bei Rapid in Chemnitz mit dem 1 zu 1 seinen ersten Punkt und ist hochmotiviert, gegen die Kicker von der steilen Wand nachzulegen.